Im heutigen Video möchte ich euch zeigen, wie ihr auf Etsy die Versandeinstellungen einstellen könnt und auf was ihr zu achten habt. Wenn ihr keine weiteren Etsy Tutorials mehr verpassen möchtet, dann lasst doch liebend gerne ein Abo auf diesem Kanal da. Würde mich auf jeden Fall freuen, dich dabei zu haben und nun würde ich sagen, springen wir direkt rüber zu Etsy und schauen uns einmal gemeinsam an, wie man diese Versandeinstellungen einstellen kann. Auf Etsy angekommen, geht ihr einmal oben rechts auf euren Shop Manager und vom Shop Manager aus können wir die Versandeinstellungen unten links unter dem Punkt Einstellungen, Versandeinstellungen erreichen. So und jetzt habe ich hier einmal meine Versandeinstellungen und auf der rechten Seite hier oben bei dem Unterpunkt hätte ich noch die sogenannten Upgrades. Gehen wir da kurz einmal darauf ein und zwar habt ihr die Möglichkeit auf Etsy auch noch einen schnelleren Versand anzugeben. Also falls ihr das Ganze haben möchtet, was auf jeden Fall vorteilhaft ist, weil ihr müsst euch vorstellen, wenn ich jetzt zum Beispiel auf Etsy ein gewisses Geburtstagsgeschenk suche und der Geburtstag findet zum Beispiel schon übermorgen statt, dann möchte ich natürlich mein Produkt schnell haben, dass es auch wirklich bis morgen da ist. Und genau aus diesem Grund ist dieser Punkt mit schnellerem Versand auf jeden Fall schon sehr, sehr attraktiv. Deswegen würde ich euch empfehlen, aktiviert das Ganze, richtet es ein. Ich meine gut, ihr müsst das nicht unbedingt anbieten, würde ich euch aber trotz dessen empfehlen, einfach mal aktiviert zu lassen. Ich meine, ihr müsst das nicht unbedingt anbieten und wenn das aktiviert ist, schadet euch das auf jeden Fall nicht. Genau, sonst haben wir noch den Punkt Garantierter kostenloser Versand in die USA. Ich gehe mal davon aus, dass niemand von euch in die USA versendet, weil die Versandkosten dort extrem, extrem hoch sind. Und deswegen werdet ihr höchstwahrscheinlich auch kaum Kunden gewinnen. Falls ihr trotz dessen in die USA liefern solltet, dann könnt ihr euch das ja gerne einfach mal hier durchlesen. Ich meine gut, das ist ja hier ziemlich gut erklärt, da muss ich glaube ich nichts mehr dazu sagen. Und gerade weil die meisten von euch wahrscheinlich dort sowieso nicht liefern werden, werde ich diesen Punkt jetzt einfach mal überspringen. Genau, dann kommen wir zu dem wichtigen Part und zwar zu den Versandprofilen. Hier kann ich allgemein verschiedene Versandprofile anlegen. Nur mal so als kleines Beispiel, ich habe zum Beispiel ein Produkt, was ich in einem Brief verschicken muss und anders wiederum habe ich andere Produkte, die ich in einem Paket liefern muss. Und da kann ich dann hergehen und sagen, ich lege einmal ein Profil ein für den Brief und einmal ein Profil für das Paket, weil die natürlich auch unterschiedliche Versandkosten haben. Und genau das werden wir jetzt gerade einmal tun, indem ich hier auf Profil erstellen einmal draufgehe. Und jetzt haben wir hier oben einmal das Herkunftsland, das müsst ihr natürlich angeben. In meinem Fall war jetzt hier schon Deutschland ausgewählt, wird in eurem Fall wahrscheinlich auch schon ausgewählt sein. Dann direkt darunter die Postleitzahl, von wo das Ganze verschickt wird. Also in meinem Fall werde ich jetzt hier mal irgendeine Postleitzahl eintragen. Ihr tragt natürlich die Postleitzahl an, von wo das Ganze verschickt wird. Und natürlich auch hier das Herkunftsland muss der Ort sein, von dem es verschickt wird. Also wenn ihr das Ganze aus Deutschland verschickt, müsst ihr hier natürlich Deutschland angeben. Verschickt ihr das aus Österreich zum Beispiel, dann gebt ihr hier einfach Österreich an. Dann direkt darunter bei der Bearbeitungszeit, da geht ihr einfach einmal drauf und wählt jetzt hier einen Bearbeitungszeitraum aus. Besser gesagt, wie lange das Ganze dauert, bis es verschickt wird. Also wenn ihr sagt, gut, ich kriege das in ein bis zwei Tagen hin, dann wählt ihr hier ein bis zwei Tage aus. Sagt ihr jetzt aber, okay, das Ganze dauert ein bisschen, bis es auch wirklich verpackt wird und dann abgeschickt wird. Dann wählt ihr hier einfach drei bis fünf Tage aus oder zum Beispiel auch fünf bis sieben Tage. Ihr könnt hier auch einen benutzerdefinierten Zeitraum festlegen, wenn ihr da einmal drauf geht. Seht ihr, könnt ihr hier eintragen, wie lange das Ganze dauert, um das Paket fertig zu bearbeiten. Wichtig hierbei zu wissen, umso niedriger, umso besser natürlich, weil wenn der Kunde sieht, dass das Ganze hier, sagen wir jetzt einfach mal, drei bis fünf Werktage dauert, dann ist er natürlich eher abgeneigt, euer Produkt zu kaufen. In meinem Fall habe ich das zum Beispiel so gemacht, dass ich hier einen Werktag beziehungsweise ein bis zwei Werktage angebe und somit sieht das auf jeden Fall schon mal sehr, sehr attraktiv für den Kunden aus. Gut, dann haben wir hier unten den Standardversand und hier wird es jetzt interessant. Und zwar kann ich hier angeben, in welche Länder ich verkaufen möchte. Und gerade hier oben seht ihr, habt ihr jetzt hier einmal den Punkt Deutschland und direkt darunter habt ihr den Punkt überall sonst. Und hier ist das Ganze jetzt so, dass es wirklich sehr, sehr kompliziert wird, wenn ihr in andere Länder außerhalb von Deutschland schickt. Weil das große Problem ist, dass ihr euch mit dem Verpackungsregister dann auch wirklich in diesen einzelnen Ländern registrieren müsst. Und das ist natürlich zum ersten ein großer Aufwand. Und was dann auch noch dazu kommt, sind natürlich auch noch ganz, ganz viele andere Sachen, die kompliziert werden, wie zum Beispiel der Zoll, Versandkosten und so weiter und so fort. Ich sage es mal so, es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr verzwickte Sache und genau aus diesem Grund würde ich euch nicht empfehlen, in andere Länder zu verschicken. Außer ihr habt da wirklich jemanden, der sich sehr gut damit auskennt. Der kann euch da natürlich weiterhelfen und euch diesbezüglich dann beraten, wie ihr die Möglichkeit habt, in andere Länder zu verschicken. Aber ich sage es mal so, wenn ihr zum Beispiel ein Händler aus Deutschland seid, dann werdet ihr höchstwahrscheinlich sehr, sehr wenig Kunden außerhalb von Deutschland haben. Da gibt es jetzt natürlich auch wieder Ausnahmefälle, was das Ganze mit den Kunden angeht. Aber in den allermeisten Fällen werdet ihr höchstwahrscheinlich nur Kunden innerhalb von Deutschland haben, weil da natürlich auch die Versandkosten eine große Rolle spielen. Denn wenn ich jetzt ins Ausland die Versandkosten bezahlen muss, dann zahle ich meistens mehr als das Doppelte. Und genau aus diesem Grund ist es für viele Leute, die sich im Ausland befinden, auf jeden Fall keine attraktive Sache. Und die bestellen dann lieber bei einem lokalen Händler, der sich auch wirklich in ihrem Land befindet. Auf jeden Fall, wie ihr das Ganze haben möchtet, könnt ihr das hier natürlich gerne tun. Ihr könnt hier einen Versanddienst auswählen, wenn ihr ins Ausland verschicken möchtet. Dann direkt darunter, was du berechnen möchtest. Also hier kostenloser Versand oder Festkosten. Wenn ich Festkosten auswähle, sollte klar sein, dann kann ich hier ganz einfach für einen Artikel die Versandkosten festlegen. Und direkt daneben für einen weiteren Artikel könnte ich dann zum Beispiel zusätzliche Versandkosten hinzufügen, falls dort zusätzliche Versandkosten anfallen sollten. Sonst könnt ihr natürlich auch jederzeit hier unten einen weiteren Ort hinzufügen, was ganz einfach bedeutet, dass ich hier jetzt ein spezifisches Land auswählen kann. Also ganz wichtig zu verstehen, hier oben ist das Ganze überall sonst. Also da verschickt ihr dann wirklich weltweit. Andererseits hier unten könnt ihr ein gewisses Land auswählen. Also wenn ihr zum Beispiel sagt, okay, ich möchte meine Produkte zum Beispiel in Deutschland und Frankreich verschicken, dann könnte ich jetzt hier noch Frankreich auswählen und hier dann dementsprechend genau die gleichen Einstellungen wie oben vornehmen. Einmal hier die Versandart. Ist es ein Paket? Ist es ein Brief? Mit was verschickt ihr das Ganze? Zum Beispiel hier mit der Deutschen Post. Als Standardbrief dauert hier 5 bis 14 Werktage, bis es geliefert wird. Dann muss ich jetzt hier wieder angeben, kostenloser Versand oder Festkosten. Genau das gleiche Spiel eigentlich wie hier oben. Das könnt ihr dann für die jeweiligen Orte machen, wo ihr das Ganze versenden möchtet. Und in meinem Fall möchte ich jetzt aber weder für Frankreich noch weltweit das Ganze verschicken. Genau aus diesem Grund gehe ich auf diesen Mülleimer drauf. Ganz, ganz wichtig, dass ihr das auf jeden Fall tut. Nicht, dass ihr eine Bestellung irgendwo aus Frankreich reinbekommt und dann das Ganze nochmal stornieren müsst. So, das haben wir jetzt gerade einmal rausgenommen und somit verschicken wir jetzt auch wirklich nur noch innerhalb von Deutschland. Und da kann ich jetzt auch ganz einfach die Versandart auswählen. Also in meinem Fall sagen wir jetzt einfach mal zum Beispiel ein ganz normaler Standardbrief. Dauert ein bis vier Werktage. Was du berechnest, kostenloser Versand oder Festkosten. Nehmen wir einfach mal Festkosten. Bei dem Punkt kostenloser Versand habt ihr natürlich den Vorteil, dass die Leute dann auch wirklich danach filtern können. Das heißt, die Leute haben wirklich die Möglichkeit, in der Etsy-Suche nach einem kostenlosen Versand zu filtern. Und zusätzlich habt ihr dann nochmal unter eurem Produkt in der Suche diesen grünen Button namens kostenloser Versand. Und das kann natürlich auch attraktiv für die Leute sein. Deswegen würde ich euch in den meisten Fällen empfehlen, hier kostenloser Versand auszuwählen. Ich meine, ihr könnt hier einfach die Versandkosten auf das Produkt oben drauf rechnen und dann passt das Ganze. Auf jeden Fall werde ich das jetzt einfach mal hier mit den Festkosten machen. Und jetzt muss ich natürlich wissen, wie viel Versandkosten fallen denn da an? Da kann ich jetzt ganz einfach mal bei der deutschen Post nachschauen. Das werde ich jetzt gerade einmal tun, indem ich hier einen neuen Tab öffne. Und jetzt gebe ich hier einfach mal an Versandkostenbrief, deutsche Post, Eingabetaste zum Bestätigen. Und jetzt sollte mir hier direkt der erste Link rauskommen. Genau, da sehe ich jetzt hier auch ganz genau, also einen Standardbrief mit folgenden Maßen. Also da müsst ihr wirklich aufpassen, dass ihr das auch wirklich einhaltet, damit das Ganze auch wirklich nicht mehr zurückkommt. Kostet hier in diesem Fall 85 Cent. Das heißt, ich muss jetzt hier dementsprechend auf Etsy einfach mal 0,85 eintragen. So, jetzt ist es aber natürlich so, dass wir jetzt auch noch die Kosten für den Brief tragen müssen. Das heißt, ihr könntet theoretisch das Ganze so machen, dass ihr hier ganz einfach die 10 Cent, was der Brief kostet, auf die Versandkosten oben drauf rechnet. Heißt im Großen und Ganzen, ich trage hier nicht 85 ein, sondern 95. Hierbei ist ganz wichtig zu beachten, auch bitte nur die Verpackungskosten anzugeben, wie sie wirklich sind, weil das große Problem ist, wenn ihr jetzt hier viel zu viel Versandkosten eintragt, also sagen wir jetzt einfach mal, für einen Standardbrief verlange ich jetzt hier einfach 3 Euro Versandkosten. Dann kann es gut sein, dass ihr dafür abgemahnt werdet. Das heißt, ihr müsst dann dementsprechend eine Geldstrafe zahlen. Das habe ich jetzt zumindest so in einem Bericht gelesen. Also 100% kann ich euch das jetzt nicht garantieren, weil im Internet stehen viele Sachen. Die Frage ist halt wirklich, ob das Ganze stimmt. Aber ich gehe mal sehr, sehr stark davon aus, dass es auch wirklich so ist. Und genau aus diesem Grund gebe ich jetzt einfach hier nur 95 Cent ein. Wenn ich das soweit getan habe, habe ich jetzt hier unten noch den Punkt Versand Upgrades. Das muss ich nicht unbedingt machen. Dafür steht hier das Optional. Aber ich könnte das Ganze hinzufügen. Und das hier ist jetzt für den schnellen Versand, also das, was wir vorhin aktiviert haben. Das können wir jetzt hier einstellen, indem ich hier auf Versand Upgrade hinzufügen einmal draufgehe, kann ich jetzt hier ganz einfach den schnellen Versand einrichten. Direkt beim ersten Punkt muss ich jetzt einmal hier das Versandziel auswählen. Entweder ist das Ganze hier Inland, also in meinem Fall Deutschland oder international. Je nachdem, was auf euch zutrifft, wählt ihr das Ganze einmal aus. Gerade rechts daneben wählt ihr einmal das sogenannte Upgrade aus, also was ihr dann dementsprechend als schnellen Versand anbieten möchtet. Da müsst ihr euch im Internet am besten auch einfach mal schlau machen, wie hoch denn hier diese Versandkosten sind. Dann hier unten bei der Versandart müsst ihr natürlich hier wieder das Ganze einmal auswählen. Zum Beispiel bei der Deutschen Post wäre das ein sogenannter Eilbrief. Der dauert dann ein bis zwei Werktage. Den könnte ich jetzt hier auswählen. Und jetzt muss ich hier pro Artikel das Ganze wieder eintragen. Genau, und wenn ihr das dann hier soweit alles eingetragen habt, dann haben eure Kunden jetzt die Möglichkeit, einen schnelleren Versand auszuwählen. Was, wie ich schon vorhin gesagt habe, auf jeden Fall sehr, sehr attraktiv ist. Genau, dann haben wir jetzt hier noch die Möglichkeit, einen weiteren Versand-Upgrade hinzuzufügen. Also, falls ihr jetzt zum Beispiel noch einen zweiten anbieten möchtet, könnt ihr das hier theoretisch tun. Würde ich jetzt aber ehrlich gesagt mal nicht machen. Deswegen gehe ich hier wieder auf die Mülltonne drauf und habe jetzt hier somit ein einziges Versand-Upgrade eingerichtet. Gut, habt ihr das dann soweit getan, könnt ihr hier unten einen Profilnamen festlegen. Also ganz einfach einen Namen, der dieses Versandprofil beschreibt. Da könnte ich jetzt zum Beispiel reinschreiben, Brief Deutschland. Nur mal so als Beispiel, damit ich weiß, okay, das hier sind die Versandkosten für einen Brief nach Deutschland. Ihr könnt natürlich auch das Ganze hier zum Beispiel kennzeichnen mit 0,95 Euro, damit ihr auch wirklich wisst, okay, das ist wirklich ein ganz normaler Standardbrief und nicht irgendwie ein Großbrief. Habt ihr das dann soweit alles eingerichtet, dann geht ihr einmal hier auf Profil speichern und somit habt ihr eure Versandeinstellungen schon automatisch gespeichert. So, und wenn ihr jetzt eine andere Versandart noch anbieten möchtet, geht ihr ganz einfach wieder auf Profil erstellen und könnt diese hier ganz einfach eintragen. Da könnte ich jetzt zum Beispiel sagen, okay, ich erstelle noch mal eine andere Versandart für die Pakete, was ich verschicke. Genau, auf jeden Fall, wenn ihr das soweit getan habt, möchte ich euch doch gerade noch mal zum Ende des Videos zeigen, wie man diese Versandprofile in seine Artikel mit einbinden kann. Im Prinzip funktioniert das super einfach, wenn ihr einmal auf eure Artikel drauf geht, dann könnt ihr ja hier oben rechts einen Artikel einstellen. Und wenn wir das gerade einmal tun, dann könnt ihr mich unten einmal physisch auswählen, das ist natürlich wichtig, damit wir auch die Versandeinstellungen treffen können. Und wenn ich jetzt ein bisschen weiter runter scrolle, dann habe ich jetzt hier die Möglichkeit, bei Versand, wie ihr sehen könnt, hier diese Versandeinstellungen auszuwählen. Und da ist halt wirklich das Schöne daran, dass ich dann nicht immer wieder die Versandkosten selbstständig für jedes einzelne Angebot festlegen muss, sondern dass ich hier ganz einfach sagen kann, okay, wählen wir jetzt einfach mal hier diese Vorlage, was ich da eingestellt habe. Und somit wird das alles hier unten automatisch festgelegt. Ihr könnt auch auf dieser Seite das Ganze jederzeit bearbeiten. Wenn ihr hier einmal auf Bearbeiten drauf geht, dann seht ihr, könnt ihr hier nochmal das Profil einsehen und hier dementsprechend Bearbeitungen vornehmen. Okay, das war es dann aber auch schon mit diesem Video. Lasst mich doch gerne mit einer Bewertung oder einem Kommentar wissen, wie euch dieses Video gefallen hat. Und in diesem Sinne, vielen, vielen Dank fürs Einschalten und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.